Hallo Klasse 1, heute ist Freitag und ich erkläre dir die Aufgaben für den heutigen Tag. Das siehst du hier. Ich fange heute wieder mit Musik an. Du sollst bitte heute noch einmal den Zebraweb anhören, denn auch der wird dir später bei der Bearbeitung der Deutschhausaufgaben helfen. Also Musik, mindestens einmal bitte heute den Zebraweb hören. Dann kommen wir zur Mathe. Das ist jetzt das Pflichtarbeitsblatt 3 für diese Woche. Wir sind immer noch bei der Wiederholung. Und hier oben siehst du diese Zwerge. Daran erkennst du das Arbeitsblatt. Und hier geht es nochmal um größer und kleiner. Genaueres erkläre ich dir im Bereich Mathe. Wenn du ein Sternchenarbeitsblatt machen möchtest, dann ist das dieses hier. Da siehst du diese ganzen weihnachtlichen Symbole. In Deutsch werden wir auch heute noch einmal lesen. Das ist das Pflichtarbeitsblatt. Du siehst hier eine Leiter und eine Banane. Daran kannst du das Arbeitsblatt erkennen. Wenn du ein Sternchenarbeitsblatt in Deutsch machen möchtest, dann ist das dieses hier. Du siehst hier oben eine Wanne und einen Frosch. Das als freiwillige Sternchenaufgabe. Außerdem bekommst du heute noch einmal eine Aufgabe im Fach Sport. Und zwar möchte ich, dass du noch einmal das Kinderfitnessvideo tanzt, das du vorgestern schon einmal getanzt hast. Nächste Woche geht es dann in Mathe und Deutsch mit den neuen Arbeitsplänen weiter. Und in den anderen Fächern gibt es natürlich auch neue Aufgaben. Wir sehen uns dann oder wir hören uns spätestens am Montag. Tschüss!